Ist eine Kündigung aufgrund einer falschen politischen Gesinnung des Arbeitnehmers eigentlich erlaubt? Wenn die Verfassung den Bürgern eine extremistische Gesinnung zugesteht, dann darf der einzelne Arbeitgeber sich auch nicht darüber hinwegsetzen. Zumindest solange die rechtsextreme Partei zum Beispiel noch nicht offiziell verboten ist. So entschied das BAG zum Beispiel, dass einem Neonazi-Verwaltungsfachangestellten nicht einfach gekündigt werden darf aufgrund seiner politischen Gesinnung. Der versandte einfache Schreiben für die Behörden und das tat er auch anstandslos. Ja, auch Nazis haben Rechte, die gleichen, die für alle anderen Bürger auch gelten. Anders jedoch hat ein Gericht im Falle eines Lehrers entschieden, der sich in der NPD engagiert. Dieser hetzte in seiner Freizeit gegen demokratische Grundwerte und sollte aber gleichzeitig als Lehrer diese Werte den Schülerinnen und Schülern vermitteln. Hier sagte das Arbeitsgericht, das ist nicht vereinbar, die Kündigung ist wirksam. Das ist aber ein Extremfall und Sie sehen, grundsätzlich ist eine Kündigung aufgrund einer politischen Gesinnung, sei sie rechts- oder linksradikal oder wie auch immer geartet, nicht möglich. Fabian Baumgartner ist mein Name, ich bin Rechtsanwalt in München und auch als Referent für die WAF tätig und ich hoffe, wir sehen uns hier mal wieder. Abonnieren Sie doch den Kanal oder liken Sie diesen oder hinterlassen Sie einen Kommentar. Hat's dir gefallen? Super! Dann sieh dir doch auch dieses Video an, das speziell für dich ausgesucht wurde. Hier findest du ein Gratis-Angebot für dich als Betriebsrat und hier kannst du kostenlos unseren Channel abonnieren. Wir freuen uns auf dich! Sei beim nächsten Mal wieder dabei!